Ein Mann, ein Hund, ein Pick-up-Truck. So machte sich 1960 der amerikanische Autor John Steinbeck auf eine Reise durch ganz Amerika. Seine Erlebnisse verarbeitete der Nobelpreisträger in dem Buch Die Reise mit Charlie, einem einzigartigen Dokument der Zeitgeschichte. Ein halbes Jahrhundert später machen auch wir so eine Reise und stellen dieselben Fragen. Was macht dieses Land aus? Was beschäftigt die Menschen? Jenseits von Eden, die Früchte des Zorns. Steinbecks Bücher erfassen die amerikanische Seele. Um das zu tun, sprach Steinbeck mit all den Menschen, die ihm aus seiner Reise begegneten. Genau solchen Menschen will nun auch der Schauspieler August Zirner aus seiner heutigen Reise begegnen. Armen und Reichen, Jungen und Alten, Insidern und Außenseitern. Steinbecks Reise und sein Buch werden uns auf der Fahrt durch Amerika begleiten. Als gebürtiger Amerikaner, der seit 40 Jahren in Europa lebt, ist August Zirner perfekt geeignet für diese Aufgabe. Er ist fremd im Land und zugleich ein Einheimischer. Auch ihn treibt die Frage, was macht das Amerika von heute aus? Steinbecks einziger Gefährte auf seiner Reise war damals sein Hund Charlie. Und natürlich zählt auch August nicht alleine los. Seine vierbeinige Reisebegleiterin heißt Betsy und sie freut sich darauf, sich von New York City bis nach San Francisco zu schnüffeln. Nach dem Trubel der Millionenstadt New York wirkt die Hauptstadt Amerikas 500 Kilometer weiter südlich geradezu beschaulich. Washington D.C. ist das Zentrum der amerikanischen Politik. Hier wird entschieden, wie das Land handelt und so werden hier auch Prozesse in der ganzen Welt in Bewegung gesetzt. Vieles davon ist umstritten, auch unter uns Amerikanern. Und trotzdem zieht es uns hierher auf der Suche nach unserer Geschichte. Unsere Regierung ist auch für uns Amerikaner ein Quell der Verwunderung. Dass sie überhaupt funktioniert, ist erstaunlich. Und dass sie gut funktioniert, ist vollkommen unglaublich. Aber in unserem Wunsch, den Segen unseres Systems auch anderen zuteil werden zu lassen, vergessen wir, dass sie das Ergebnis unserer Geschichte ist, die anderswo auf der Welt nicht zu reproduzieren ist. Zudem haben wir uns eine Reihe Vorurteile und Einstellungen erarbeitet, an denen wir festhalten, auch wenn wir ihre Ursprünge in unserer Vergangenheit gar nicht kennen. In dieser Stadt wohnt aber auch einer meiner ältesten Freunde. Wenn ich schon hier bin, muss ich ihn besuchen. Andrew und ich sind in Illinois gemeinsam zur Schule gegangen. Damals waren wir unzutrennlich. Heute sehen wir einander viel zu selten. Er hat eine ganz andere Karriere eingeschlagen als ich. Er wurde Polizist in Washington, D.C. Unsere Lebenswege sind sich ähnlich, obwohl wir sehr unterschiedlichen Berufen nachgehen. Ich wurde das, was ich wurde und du bist Polizist in Washington, D.C. Ich hatte nicht damit gerechnet, aber es ist der perfekte Beruf für mich. Was mir daran gefällt, ist, dass man die Uniform anzieht und dann sofort jeder weiß, was man ist. Und damit kann man überall rein spazieren und mit jedem reden. Jeder, sogar ein 17-jähriger Kerl, redet gerne mit Polizisten. Das sind einfach Symbolfiguren, mit denen man gerne spricht. Als wir uns nach 20 Jahren zum ersten Mal wiedergesehen haben, wurde mir bewusst, dass mein bester Freund eine Waffe trägt. Wir waren doch Pazifisten und gegen den Vietnamkrieg. Ich war mir erst nicht sicher, was ich davon halten soll. Klar, das kann ich verstehen. Damals hatten Polizisten öfter die Waffe in der Hand. Da ging man auch in verlassene Häuser, in denen Menschen hockten und Drogen nahmen. Man rannte durch die Gassen immer bewaffnet. Aber ich glaube, dass ein Polizist selten jemanden erschießt. Ich habe das aber getan. Ich hörte einen Kollegen in der Nähe eine Verkehrskontrolle durchführen und er rief, der schießt auf mich. Ich fuhr hier lang und dort flog ein Auto über die Brücke und krachte in stehende Autos rein. Jemand stieg aus und ich dachte mir, das wird er sein. Er rannte die Straße runter mit seiner Waffe in der Hand. Und dann stieg da auch noch ein Mann aus seinem Auto und der Kerl packte ihn. Ich schrie noch, Polizei, Waffe fallen lassen. Aber er setzte sie dem Mann an den Kopf und sagte, ich knall ihn ab. Und dann setzte der Instinkt ein. Er zielte plötzlich auf mich und dann schoss ich und tötete ihn. Ich zeige dir noch, wo meine Schießerei war. Hier die Straße runter. Er rannte die Straße entlang und ich hinterher. Dann da um die Ecke. Ich stand an dieser Wand. Wo war er? In der Kohle dort. So nah? Wenn die mich gefragt hätten, wie weit ich von ihm entfernt war, hätte ich 24 Meter geschätzt. Aber es waren höchstens 6 Meter. Auf die Distanz habt ihr geschossen? Er kam nicht dazu. Ich war schneller. Ist Sonntag weniger los? Sonntags stehlen Männer Autos vom Kirchenparkplatz, fahren an die Tankstelle und klauen die Handtaschen von alten Damen, die gerade tanken. Washington hat die höchste Dichte von zwei Dingen, Kirchen und Schnapsläden. Das ist eine der härtesten Gegenden der Stadt, wo am meisten PCP verkauft wird. Was ist PCP? Ein Beruhigungsmittel für Pferde. Man tunkt Zigaretten in die Flüssigkeit und raucht sie. Man nennt sie Dippers und sie machen einen verrückt. Da oben ist die Maryland-Straße. Das war ein Stoppschild. Sie nennen die Kreuzung aber Vietnam, weil da so viel geschossen wird. Weil hier so viel Schlimmes passiert, werden alle Menschen, die hier wohnen, für Idioten und Kriminelle gehalten. Aber die meisten sind in Ordnung und sparen in Wirklichkeit nur auf ein Familienauto oder so. Sie werden mit den anderen in einen Topf geworfen, obwohl sie viel lieber woanders leben würden. Sie sind gute Menschen, aber sie können es sich nicht leisten, wegzuziehen. Mittlerweile unterrichtest du an der George Washington University. Das mache ich jetzt seit 5, 6 Jahren und es macht Spaß. Die meisten der Schüler sind Polizisten und denen sage ich, meine Karriere ist vorbei, ihr müsst jetzt übernehmen. Eine der Sachen, die wir nach Ferguson und all den schlimmen Ereignissen in den Jahren 2014 und 2015 in den Griff bekommen müssen, ist die Beziehung der Polizisten zu den Gemeinden, denn die sind kaputt gegangen. Wir dachten, dass wir in Ferguson, Missouri, Cleveland und Long Island gute Arbeit leisten. Aber die Menschen vertrauen uns oft nicht. Sie stehen nicht auf unserer Seite, sondern arbeiten gegen uns. Was tun wir also? Ich glaube, wir müssen als Polizisten unseren Arbeitsprozess ändern und mit den Gemeinden zusammenarbeiten. Wir müssen an unserem Verhältnis zu den Menschen arbeiten, besonders zu denen, die eine andere Hautfarbe haben, und denen, die nicht wollen, dass die Polizei in ihrer Gegend unterwegs ist. Wir werden nicht mehr als Helden wahrgenommen, die alles verbessern. Wir werden als Teil des Problems gesehen. Das ist die Herausforderung. Und ich glaube, wir müssen dazu an jeder einzelnen Beziehung nach der anderen arbeiten. Dass es auch im idyllisch anmutenden Washington diese Probleme gibt, sagt viel über Amerika. Die schwierige Beziehung zwischen Polizei und der Bevölkerung hat auch bei uns in Europa für Schlagzeilen gesorgt. Für Europäer ist es schwer zu verstehen, dass so viele Menschen in Amerika eine Schusswaffe besitzen. Sind die Gesetze zu locker? Um darüber zu sprechen, besuche ich einen Waffenladen und treffe den Besitzer Andy Raymond. Halten Sie die Waffengesetze in Amerika für ausreichend? Wir haben hier im Gegensatz zu Europa in der Verfassung verankert, dass wir Waffen besitzen dürfen. Ich finde sogar, dass wir zu viele Gesetze haben, die gesetzestreue Amerikaner davon abhalten, ihr Recht auf Selbstverteidigung auszuüben. Wir in Europa würden unser Haus eher nicht mit einer Waffe verteidigen. Wir haben wohl das Gefühl, dass man mit einer Waffe nur andere provoziert. Das Problem liegt weniger an den Waffen an sich. Klar, sie machen eine Situation tödlicher. Aber es geht auch immer um städtische Probleme. Armut, Drogen und dergleichen. Wenn man den Menschen die Waffen nimmt, behandelt man nur die Symptome und ignoriert die wirklichen Probleme, die zur Gewalt führen. Man sagt, wenn wir den Menschen die Waffen nehmen, bringen sie einander nicht um. Aber das stimmt so nicht. Amerika ist da sehr anders als Europa. Es kommen hier oft Europäer rein, die anderer Meinung sind. Wir teilen viele Gedanken, aber wir haben eine ganz andere Geschichte und Kultur. Unsere Haltung zu Waffen stammt aus der Gründerzeit. Da zogen die Siedler Richtung Westen in feindliches Gebiet und besetzten das Land. Das ist jetzt mein Land. Irgendein Ureinwohner fechtet das an? Na dann mal los. Wer am Ende noch steht, der hat gewonnen. Wer am Ende noch steht, der hat gewonnen. Seit unserer Gründung, als die Niederländer und Briten ankamen, drücken wir der Wildnis unsere Lebensberechtigung auf. Dabei hat sich die Einstellung bewährt, dass die Waffe heilig ist, dass sie dem Einzelnen zusteht und für Freiheit sorgt. Der Gesellschaftsvertrag ist in Europa stärker als hier. Uns geht es mehr um die Rechte des Individuums als um jene der Gruppe. Da unterscheiden wir uns von der europäischen Sicht. Im Stadtzentrum treffe ich auch viele Touristen aus aller Welt, aber auch aus ganz Amerika. Die Stadt ist so entworfen, dass es an jeder Ecke etwas zu sehen gibt. Eine der Hauptattraktionen ist die Washington Mall mit den vielen Gedenkstätten und Denkmälern. Dieses ist dem Zweiten Weltkrieg gewidmet, der für viele als einer der größten Glanzmomente der amerikanischen Kriegsgeschichte gilt. Es gibt auch eine Gedenkstätte für die gefallenen Soldaten des Vietnamkrieges. Eines der dunkelsten Kapitel unserer Geschichte. Mit meinem Freund Andrew habe ich damals, wie viele andere, gegen diesen Krieg demonstriert. Hier ist die Liste der Gefallenen in einer langen Wand eingraviert. Hier ist die Liste der Gefallenen in einer langen Wand eingraviert. Untertitelung des ZDF, 2020 Bei Ice-T und Sonnenschein treffe ich auf eine erstaunliche Gruppe von Damen, die seit den 60ern in der Washingtoner Polit-Society aktiv sind. Zwei Journalistinnen, die ab dem Zweiten Weltkrieg führende Funktionen in ihren Redaktionen inne hatten, eine Fotografin, die 20 Jahre lang die Karriere von Hillary Clinton begleitet hat und eine Anwältin, die im Weißen Haus unter anderem für John F. Kennedy tätig war. Ich möchte unser Gespräch mit einem Steinbeck-Zitat beginnen. Die Beziehung der Amerikaner zu ihrem Präsidenten ist für Ausländer höchst erstaunlich. Natürlich halten wir das Amt hoch und bewundern den Mann, der es verwalten kann. Aber gleichzeitig erfüllt uns dessen Macht mit Furcht und Misstrauen. Wir sind stolz auf den Präsidenten, aber wir nutzen ihn ab, verbrauchen ihn, fressen ihn auf. Und bei alledem hegen die Amerikaner eine Liebe zu dem Präsidenten, die über Loyalität und Parteitreue hinausgeht. Er gehört uns. Es ist unser gutes Recht, ihn zu zerstören. Steinbeck schrieb das 1960. Gilt es heute noch? Was er damals geschrieben hat, ist immer noch gültig. Es ist hochaktuell, denn Präsident Obama wird von der Opposition an den Pranger gestellt, obwohl er mehr für das Land getan hat als die letzten Präsidenten. Sie hören es. Und wenn Amerika, ich möchte fast sagen, weniger dumm wäre und nicht so einen idiotischen Kongress gewählt hätte, hätte er noch viel mehr erreicht. Aber viele Kongresse sind so schlimm. Was meinst du? Ich glaube, das geht mindestens zwei Jahrhunderte zurück. Ja. Politik war schon immer gemein. Aber das hören wir nicht gerne. Nein, das stimmt. Wie hast du das unter Kennedy erlebt? Der Kongress ist komplex. Er funktioniert ganz anders als ein europäisches Parlament. Er hat keine Disziplin. Aber wir waren selten auf beiden Seiten des Spektrums so ideologisch, dass sich eine dritte politische Kraft, nämlich die Mitte, wo sich ja die meisten Wähler befinden, hätte durchsetzen können. Aber die Republikaner sind weiter rechts denn je. Es ist keine einfache Zeit. Früher waren wir mit genauso vielen Republikanern wie Demokraten befreundet. Das ist nicht mehr so. In den 60ern waren bei so einem Abendessen beim Herausgeber der Washington Post alle dabei. Anwälte, Journalisten, Politiker beider Parteien. Da konnte man viel erreichen. Ist Ihre Generation eher bereit, über die nächste Amtszeit hinaus in die Zukunft zu schauen? Ich glaube, zu viele unserer Politiker denken eben nur an die nächste Amtszeit. Sie glauben, ihre Wähler wollen unmittelbare Ergebnisse. Daher investieren sie weder die Zeit, noch den Willen oder das Geld, um langfristige Lösungen anzubieten. Oder die andere Partei droht damit, alles Erreichte zu zerstören, sobald sie an der Reihe ist. Welche Rolle spielt dabei das Internet? Ich glaube, junge Menschen wissen schneller, mehr. Glaubst du nicht? Oh doch. Aber geht das Wissen genug in die Tiefe? Das muss es nicht. Sie legen einfach los. Von dem Gespräch über das alte Washington mit den vier wunderbaren alten Damen kann ich mich kaum losreißen. Aber ich will ja auch mehr über das heutige erfahren. Dazu gehe ich in die Innenstadt, wo die jungen Entscheidungsträger von heute leben und arbeiten. Eine davon ist Caitlin Donahue, die in der Firma Kraft mit Lobbyisten und Politikern zu tun hat. Wie ist es in Washington zu leben? Das Leben hier ist besonders. Jede Stadt hat ihr Ding. New York die Wirtschaft, L.A. die Unterhaltung und Washington D.C. die Politik. Spüren Sie als Lobbyistin eine Verantwortung? Ganz bestimmt. Ich bin zwar selbst keine Lobbyistin, aber ich arbeite mit ihnen und helfe ihnen dabei, sich kreativer auszudrücken. Viele Menschen haben eine negative Sicht auf den Lobbyismus. Aber in Washington ist er unser aller Lebensinhalt und wir sind stolz darauf. Ich spüre daher stark die Verantwortung, unsere Arbeit im besten Licht darzustellen. Wir dürfen nicht scheitern und nichts Falsches tun, damit die Menschen sehen, dass unsere Arbeit gebraucht wird und dass sie richtig ist. Beeinflusst Ihre Arbeit eher die Politiker oder die Wähler? Tatsächlich beides. Es ist ja leider so, dass viele Menschen über die politischen Prozesse aufgeklärt werden müssen. Und auch über die Themen, die ihr alltägliches Leben beeinflussen werden. Der politische Prozess, unsere Arbeit in den sozialen Medien und auch als Lobbyisten ist zweischneidig. Man informiert die Politiker, aber auch die Wähler, damit sie wissen, was die Politiker leisten sollten. Ist das stressig? Ja, es ist. Ja, natürlich. Arbeit und Privatleben sind hier kaum getrennt. Das ist toll, aber auch eine Herausforderung. Meine Freunde sind meine Kollegen. Die Kollegen sind Kunden, die Kunden sind Familie. Die Gespräche drehen sich um die Arbeit, um Politik. Am Mittwoch war die zweite Fernsehdebatte der Republikaner und jede Bahn in Washington war voll, weil wir sie alle mit unseren Freunden sehen wollten, damit wir am nächsten Morgen mitreden konnten. Und dann, you know, the water cooler talk the next morning is, you know, how did everyone do. Wie haben sie sich geschlagen? Wie fandest du Trump oder Fiorina? Das ist hier normal. Ich bin auf meiner Reise noch gar nicht weit gefahren und trotzdem habe ich schon so viele verschiedene Meinungen gehört und so viele verschiedene Menschen kennengelernt. Wenn auf kleinstem Raum schon so viel zu finden war, was erwartet mich dann im Rest dieses riesigen Landes? Wie werden die Amerikaner agieren und reagieren auf die neuen Umstände, für die neue Regeln geschrieben werden müssen? Wir wissen aus unserer Vergangenheit manches, das wir tun werden. Wir werden Fehler machen, wie wir es immer schon getan haben. Wir befinden uns in einer verwirrenden Zeit von Veränderungen. Wir ziehen in alle Richtungen zugleich, aber immerhin befinden wir uns in Bewegung. Und wir glauben, dass uns unsere Geschichte und unsere Erfahrung auf die Veränderungen vorbereitet haben, die nun kommen werden. Wir sind noch nie lange stillgesessen, waren nie zufrieden mit einem Ort, einem Gebäude oder mit uns selbst. Die Ostküste ist faszinierend. Aber jetzt zieht es Betsy und mich in den Süden, ins Landesinnere. Unsere Reise geht weiter nach Atlanta im Bundesstaat Jordan. Secure Reise geht weiter nach Atlanta im Bundesstaat children. dorf Untertitelung des ZDF, 2020